Ich bin drin. Oh, Doppelvertrag, Batscha und Spinne. Du wirst ja dann immer sagen müssen, die haben ein Bye-Bye. Okay, ich muss aber noch ein anderes Spieler warten. Und damit ist mein Mann, hallo und herzlich willkommen zu Hanschon am Trio. Macht euch bereit, gut. Okay, I'm ready. So, wo müssen wir denn hin? Geradeaus? Warte, geradeaus. Oder wir nach links können wir auch. Links SW, wir laufen nach SW. Ja, Ben macht cool. Geht direkt mal nach hinten los. Ben ist Punkt 2, merk ich mir. Ben ist 2. Wie kann man auch mein Messer? Mit 3. Hast du ein Messer dabei? Ja, ich brauche mich jetzt dabei. Du kannst dein Mausrad mal benutzen, dann siehst du, was du dabei hast. Ja, mit 4. Auf 4 hast du das Messer, ich habe das auf 3. Ja. Ich auch. Was hast du auf 3? Du spielst immer so wahrscheinlich. Warte, 3 haben wir nicht. Medi-Pack wahrscheinlich. Oh, hier geht's schon Hals und Westen. Ja. Auf jeden Fall heute spielen wir mit allen, habt ihr ja schon gesehen. Also Sven ist auch dabei. Also eigentlich für euch die erste richtige Runde, die auch angeguckt werden sollte. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Und Hand wurde auch erhöht, ne? Mittlerweile. Spielanzahl. Achso. Achso, mehr Spiele auf der Map? Ja. Von wie viel auf wie viel? Vor dem 1.0 war ein Set 10, so wie ich sagte damals. Oh, das ist ein Blutekel. Oh, das ist Miethead. Und jetzt sind es zum Beispiel 12 gegen die 3er-Teams. Na ja, ist klar. Ich mach was vernünftiges. Hol den Hinweis. Genau. Ja. Und bei mir ist die Hilfe. Oh shit. Ray vergabt. Hi. Ah, Sven hat's aufgesteckt. Ach, Mann. Weißt du, ich stehe neben der Hilfe. Die macht gar nix. Sven kommt an und ruft Hi. Dann Ray geht Hilfe erst. Oh, oh, bei mir ist auch ne Hilfe. Bei Sven ist das gleich... Wie krieg ich das auch ne Griff, ey? Achso, geht von selber weg. Auf Zeit, ja. Geht von selber weg irgendwann. Genau. Wir sind jetzt wirklich komplett verteilt hier. Der macht ja nix. Wo machen wir das? Braucht ihr auch von euch Schropen-Muni? Nee, wir haben... Manchmal haben wir vollen Muni. Okay. So, aber eins habe ich auf jeden Fall. Wir müssen beide... Wir machen die Spinne. Guck mal. Schön fürs Sound machen. Ja, scheißegal. Ich muss meine tägliche Herausforderung schaffen. Ja, sonst... Oh, Herausforderung geschafft. Wer ist 1 und wer ist 3 Punkt? Ich müsste 1 sein, Sven. Ja, Sven ist 3. Der... Alter, was ist da so schreckhaft? Ja. Okay, ich war bei meiner allerersten Aufnahme auch so mega schreckhaft. Guck mal, wo Sven ist. Warte sofort. Jetzt kommt der Anker. Ah! 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 Okay. Oh, da sind... Vogelfiecher. Ja, jetzt ist das auch nicht mehr wichtig. Ja, okay. Eigentlich musst du die Headshots... Zählen die Headshots jetzt bei dir, wenn ich Leute mit Headshots töte? Zwei Headshots, ja. Ich habe auch zwei Headshots gemacht. Schön. Okay, dann können wir jetzt eigentlich... Sven, nicht so salzig. Hey! Äh, der nächste Hinweis... Weiter Richtung Westen, ne? Ja, ja. Schlachthaus? Hast du da sind wir jetzt gerade? Ja, Schlachthaus. Du bist übrigens schon gerade an dem Ausgang vorbeigelaufen, Sven. Ne? Damit du... Sven hat eine Sniper. Und ich habe... Ne Nagant mit Schalding. Ne Nagant mit Schalding. Ne Nagant mit Schalding. Ne Nagant mit Schalding. Okay. Ne Kettenpistole mit Fächern ist das Nonplusultra. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, ob Kettenpistole noch das Nonplusultra. Ich weiß nicht mehr, ob Kettenpistole noch das Nonplusultra. Auf jeden Fächern auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, ob... Sind D1 Himmel Messer? Natürlich. Himmel Messer. Ah, irgendwie hat das gerade aufgeblinkt hier, als wir hier herkamen. Das Spinnenzeichen. Kann sein, dass wir auch schon bei der Spinne sind. Ich weiß tatsächlich nicht, ob hier Spinnen möglich ist. Aber es gibt jetzt Gefässer, ja, stimmt. Das habe ich auch. Ja. Das ist halt wieder so rot aufgeblinkt. Ja, genau. Ich glaube, wir sind bei der Spinne. Könnte. Das zeigen wir für sein. Ähm. Wann haben wir denn das Mal gespielt? Ja, okay. Das stimmt. Auf die Beine, Leute! Auf die Beine! Auf hast ein Zombie! Nein! Auf die Beine, nur auf die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Muss nachladen! Steh! Ja, nice! Nice! Ja! Gut! Sehr geil! Hast du den Hinweis? Ja! Ja! Zwei! Ah, hier! Na, guck mal nach links! Nicht gesehen! Nicht gesehen! Nicht gesehen! Oh, oh! Der kommt hierher! Schließ das Tor! Schließ das Tor! Schließ das Tor! Sven! Sven, du hast irgendwie ne Taschenlampe an! Wie? Äh? Wie? Ja, die Nerv! Ach, klar! Ist die jetzt aus? Äh, nein! Irgendwie hast du irgendwas an! Oder? Keine Ahnung! So, auf zur Spinne? Keine Ahnung! Vielleicht ist das deswegen bei Sven so! Ja, ich weiß aber nicht was ich... Ja, die ist schon die Taschenlampe! Wollen wir die schon töten oder? Der ist die E! Wir sind drei Leute, wenn man das! Das wärst du ja so fest! Guck mal was! Okay! So, die ist anfällig gegen Feuer, ne? Ja! Ich hab ne Lampe! Alter! Ah! Ah! Jala! Ah! Die ist gerade! Das ist so eklig! Ja, weg über dir! Aua! Ich bin vergiftet, wa? Aua! Ah, verdammt! Ich hab auch eine! Wo ist sie denn? Da! Ja, wohin! Da! Ja, wo es brennt! Ah! Ja, jetzt brennt sie ja aber kaum noch! Aua! Aua! Bernd, weg da! Bernd! Okay! Alles gut! Schrei dir auf wegen uns oder wegen... Verdammt! Die Hunde meinst du? Ja, alles! Ich hab alles durchgebracht! Oh, Jesus! Oh, die ist neben mir! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Was ist denn da in Feuer? Ja! Ich brauch Leben! Gute Eis! Gute Eis! Da ist es wieder! Ja, hier ist ein Medikit, falls du noch brauchst, ne? Nehm dir ja, genau! Äh... Hinter dir! Pink noch den Mann! Da geht der Sven! Naja, wie pink man nochmal? Mitten hier! Genau! Genau! Uah! Mitten in der Maustaste Pink Sven! Rennen auf Sven! Schießen! 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 Schreien im Wegrennen hilft niemand! Okay, okay, jetzt hol ich mich! Wir haben sie nicht mal auf Hälfte runter! Er hat doch gerade so, aber... Schießen! Schießen wechsel doch die Baffe! Vielleicht hab doch nur den fucking Sniper und die sind alle so Volver hier! Ah! Schießen! 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 Sie ist in mir! Ich hab sie gemessert! Die Pfotze! Das ist bestimmt auch irgendwann mal eine Herausforderung! Ja! Lass mal! Jeder messert einmal! Komm! Fällig! Okay! Na ist klar! Ich hab die Spinn schon die ganze Zeit in mir! Soll ich sie auch noch messern? Das ist egal! Okay! Okay! Das ist noch sexueller! Wo ist die Atze? Atze! Atze! Oben! Über uns! Oh hier ist bei Sven! Sven! Wie fällt dir? Oh oh! Ich verpasst tot! Ich verpasst tot! Oh Gott! Sven macht doch mal ne! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh oh! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Oh Gott! Sven macht doch mal ne! Ey ich bin tot! Ich kann dich retten! Naja man kann messern! Hahahaha! Ich geb dich mal auf ne! Sven macht das! Viel Spaß Sven! Wer hatte die Idee nochmal mit, äh wie beim Messer die Spinne? Sven war das! Aua! Ja klar! Ich war das wieder! Du musst ja nicht auf mich hören! Er liegt hier doch irgendwo Medizin! Ja! Ja ist tot! Na gut! Erstmal heilen! Berlin wär ein bisschen da ist! Hier ist äh! Mal gucken! So! Irgendwo in irgendeine Ecke setzen Sven und einfach lauschen! Nicht bewegen! Nicht bewegen Sven! Jaaa! Tschüss! Von Nordwesten und Osten! Schlachter verborgen! Ja! Da machen wir jetzt nochmal am besten auf! Weil sonst haben wir alle auch bei uns gleich! Den Rest! Jaaa! Achso die hatten wir noch gar nicht verbannt! Ne! Das wollte ich noch nicht! Also das war bis Schlachter auch verbannt ist! Also hier! Durch die hier kommt man nur rein von uns aus gesehen! Also von innen! Achso! Verwiegelt meinst du? Ja genau! So! Da hab ich eine Bärenfalle hingepackt! Ihr habt ja gesagt! Wir messern die Spinne! Ne! Ich renne auf die Spinne zu, wir messern! Sie haut mich auf den Boden! Ich steh gerade auf! Auf einmal wird die Tür aufgebrochen! Und die Panzertage antreift! Waaah! Haha! Ja genau! So hab ich auch... Also! Du siehst du nachher in der Aufnahme! So hab ich auch gekommen! Ich stand direkt daneben! Ja ok! Ich hab beides gesehen! Sven stand neben dir! Ich stand neben dir! Wir haben alles... Wir haben... Wir haben... Ich kann auch Rewind-Time machen! In 3.6. Wie du umgehst! Können wir uns gar nicht gegenseitig? Ja doch! Aber wahrscheinlich können nur 2 Leute... Wir können uns gegenseitig killen! Ah ok! Bei äh... den Wallhack damit! Dass du diese Impfung mal zum Beispiel hast! Wer so ein Ding trägt! Also zum Beispiel auch äh... Die Schweinchen Leute! Die haben ja auch gleich die... die Wallhack! Die haben jetzt den Wallhack! Ja! Das ist jetzt aufnehmen! Die können in der Nähe... das äh... Leute sehen! Dann werden diese Orange-Paket quasi! Ah ok! Ich hab aufgenommen! Ja! Ich bin genau hinter dir! Ich nehm jetzt auch auf! So! Bei uns ist nix! Wir können gehen! Also direkt zum Ausgang? Ja! Ich würde direkt zum Ausgang gehen! Osten! Für die EP! Sven benutzt doch einfach die scheiß Leiter! Du musst erst mal Apps suchen! So! Ich hab noch 3 Sekunden! Ich hab noch 5! Aber ist wahrscheinlich nix in der Nähe! Lot sich nicht zu gucken! Warte! Ich guck mal! Äh... Alles gut! Nö! Ja hier Schweinchen Mann hat nur ähm... Einer! Wollen wir noch hingehen? Oder wollen wir zum Aus... Ne wir... Gettet jetzt jetzt! Ja besser jetzt einmal... Also für die erste Runde ist das schon geil! Ja stimmt schon! Wir versauen jetzt durch Wasser rein! Jetzt kommt Wasserfall! Na dann Sven am Arsch! Wir waren das Ding! Genau da wo wir Sven vorhin gezeigt haben! Dann müssen wir das durch hin! Und dann quasi rechts! Ich guck nochmal! Ja das ist das Boot! Alles Tudi! Alles aufgebaut! Ja! Easy! So! Ja! Natürlich! Ich guck auch mal! Alles gut! 30 Sekunden mittlerweile! Krass! Ja es ist leer geworden! Zwei! 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 Und jetzt so ein Headshot! Bam! Bam! Geil! Erste Runde war nice! Ja! Gleich die erste Runde! Mal was gemacht! Zwei! Soviel haben wir seit Release nicht mehr! Nee! So gut waren wir nach Release nicht mehr! Oh mein! Sven! Bringst du's zu? Ja ich guck! Was denn?! Was denn?! Wie du direkt negativ ran gehst! Was hab ich denn ihr schon wieder getan! Ja ist ja meistens so! Weißt du das will man nicht mal loben! Was denn?! Was denn an großartig? GMag? Absolut! Wirklich halt緣nig! Oh mein ess meille gesagt! instantly went Und auf der Regel 됐st опас! Und jetzt bin ich recht endure und Vielen Dank.